Ok das kapiere ich jetzt nicht. Machen wir mal so weiter. Viereck mit... Ja, das ist richtig. Was haben wir da? Ein Kreis. Ein Kreis mit Strich. Das heißt... Ja wie soll das eigentlich... Der Strich hier in der Mitte, wie soll das gehen? Ah. So dann fehlt uns ein X, also ein Plus. Na blödsinn. Genau, das habe ich irgendwo mal gesehen. Das muss eigentlich der sein. Jetzt gehen wir jetzt mal weg. Ja. Halbkreis mit Kreis. Die bilden uns immer noch das Grüne. Das dürfte ein X sein. Ja. Sag ich ja. 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 Jetzt gehen wir noch an den. Wow. Dieses Ort ist noch mehr wunderschön, wenn es alles aufhört. Mhm. Mhm. Allwärter LWB. Handeln sie wie Könige? Wie soll ich schätze von Schach 3? Friede, Harmonie, Erleuchtung, Perfektion. Oh ne, nicht dieses Schieberätsel. Nicht dieses Schieberätsel. Ein paar Teile fehlen. Macht nichts. Ich will es auch gar nicht machen. Ich mag das absolut nicht. Freiheit. Gehen wir mal zum Brunnen. Robert. Ich bin dazu auf dem Weg, Robert zu finden. Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Okay, wir brauchen ein Schlüsselloch. Mit der Richtung jetzt könnte ich die Schrauben entfernen. Was haben wir da schönes? Handschuhe. Legaten. Die Hüter des Gesetzes. Ein Ventil fehlt. Okay, wir können jetzt... Achso, ja. Das ist das Ding. Ah. Okay. Aber ich komme nicht... Das ist... Da ist etwas in der Schüssel. Ah, jetzt können wir auch durch. Ein Wimmerwild. Ein Wimmerwild. Maske. Eine Brille. Ein Farb... Was? Ein sehr farbloser Schlips. Das kann man nochmal erinnern. Natürlich eine Kübe, ne? Ich spiele fast schlechtes. Schuhe. Taschen. Socken. Okay. Maßband. Was will denn so auch Dupfenkrawatte? Ein Schal. Der liegt eigentlich hier. Wie komme ich den Schal jetzt? Der liegt hier. Aber ich kann nichts machen. Das ist auch nicht der. Da haben wir einen Schal oben. Warte mal. Ja. Sehr schön. Wir haben gefunden. Ein Angelhaken. Ein Angelhaken. Was ist denn Robert? Okay. Ich erden muss man euch gewissen. Aber jetzt ist er. Zwei weitere Menschen von unbekannten Macht besessen. Ein elektronisches Schloss. Gut. Können wir nicht öffnen. Man braucht eine Genehmigung dafür. Was für eine Genehmigung. Gehen wir mal zum Flur. Oh. Stopp, bitte. Ich werde dich nicht wehren. cựcisch. Man braucht Strom dafür. Virus ist komplett aufgelöubt. Warte, wir probieren jetzt mal was. Ok. Warte? Da liegt was. Scheiße. Ich weiß nicht, was dieses Ort ist, aber es ist sicherlich nicht Eden. Ja, das ist Puzzle. Jetzt müssen wir zurückgehen und dieses Puzzle einsetzen. Wir können da eh nichts mehr machen. Ah, das ist Schieberätsel. Was war da nicht? Wo war denn das jetzt? Äh. Achso, ja. Jetzt haben wir einen Angelhaken, wie ist es nicht? Oh, oh, ja. Okay, funktioniert nicht. Äh. Nimm doch einen Angelhaken und fische es raus. Das ist sinnlos, dass ich das sonst empfehle. Wir haben sogar... Ich verstehe es nicht. Wie kriege ich das jetzt raus? Ja, da baue ich Strom. Ich frage mal nach dem Tipp. Richtig, den habe ich ja vergessen. Da ist das Puzzleteil. Das können wir nicht aufkriegen. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Wo freute ich den Schlüssel? Ja. Gut. Geht auch nicht. Ah. Genau. Sollte eigentlich... Funktioniert aber nicht. Komisch. Was brauche ich da? Ein Ventil. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ah, genau. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist, aber du bleibst, wenn du es noch nicht kannst. Ich weiß nicht. Sie haben schon wieder genommen. Das andere Diver. Robert. In der Lager. Es ist in der Albadon Hotel, nur auf dem Dramatis. Du kannst es nicht mehr machen. Verröse mich. Es ist nicht sicher hier. Geh! Geh! Ich habe gesagt, geh weg! Nein, nein, nein. Er ist zu stark. Geh dich selbst. Es gibt keine Hoffnung für uns. äh, okay wir haben eine Kamera gefunden wir klicken da zu stupide einfach hin ja, genau, hinge und ja ein Foto Teddybär äh, Sonntag, Messer da gibt es etwas Origami was habe ich das jetzt gemacht, wenn da nichts ist ein U-Boot ah was, ein, ein B-Klammer Frieden, ein paar Fotos, wieder ein Messer, ein Bild fehlt jetzt nur noch die Pinzette, die ist da drinnen und die, was ist ein B-Klammer? da ist ein Wäscheklammer wenn ein Wimmel weniger, wenn da alle Wimmel sind ich werde es reparieren, wenn ich mit dem Brunnen unter der Brücke fertig bin da bin ich nämlich ein Knopf das war die Pinzette, wir gehen jetzt aber nochmal zurück müssen das rausfischen komisch, dass man das gemerkt hat so, zwei von vier da hat eine Karte fehlen aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Schere fünfmal, äh, ja rechts, dreimal Dings, Dings, Dings das kannst du dir aber aufheben wir haben einen Knopf gefunden das heißt, das stecken wir jetzt da mal rein jetzt können wir das öffnen eins, zwei, drei, vier, fünf also so, und jetzt dann so eins, zwei, drei dann achtmal so eins, zwei drei, vier, fünf sechs, sieben, acht jetzt siebenmal in die andere Rechte eins, zwei drei vier fünf sechs sieben und viermal eins, zwei drei vier wenn ich darf mich über die Folge ohne zu überspringen wir haben eine Batterie gefunden und dann haben wir das hier überspringen statt 4 anlegen und dann so wir haben noch noch eine oder eine die sie haben sich sie 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 oder so. Ja, ich weiß schon, was das ist. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Das war genau hier. Das letzte Teil, den Teddybären, den können wir aber nicht. Müssen wir mit der Schere aufschneiden. Aber wir gehen jetzt einen Schritt zurück, machen den dämlichen Puzzle hier. Oh ne. Ich muss mich da voll konzentrieren. Ich hasse das.